Liebe Studierende, willkommen zur 13. Videoübung des Semesters zum Thema Lorentz-Transformation. In einem Inertialsystem findet zwei Mikrosekunden nach dem Ereignis A das Ereignis B statt. Und die räumliche Entfernung zwischen den beiden Ereignissen beträgt 1,5 Kilometer. Man fragt, wie schnell muss sich ein Beobachter längs der Verbindungslinie zwischen den beiden Ereignissen bewegen, damit die beiden Ereignisse für ihn gleichzeitig stattfinden. Als erstes definieren wir die Koordinaten der beiden Ereignissen in ihrem eigenen Bezugssystem. Tatsächlich im Inertialsystem finden die zwei Ereignisse bei den Ortskoordinaten x1 und x2 zu den Zeiten t1 und t2 statt. Wobei, sei auch nochmals erinnert und bemerkt, dass t2 minus t1, nennen wir dies Delta t, ist gleich zwei Mikrosekunden. Und x2 minus x1, nennen wir dies L0, tatsächlich die Entfernung zwischen beiden Ereignissen, ist gleich 1,5 Kilometer. Im Bezugssystem des Beobachters, der sich mit der Geschwindigkeit v zwischen x1 und x2 bewegt, das heißt relativ zu den beiden Ereignissen, werden die Zeiten nach der Lorentz-Transformation mit folgenden Formen gegeben. t1' ist dann gleich t1 minus x1 mal Geschwindigkeit v geteilt durch Lichtgeschwindigkeit im Quadrat und alles geteilt durch Wurzel von 1 minus Beta im Quadrat. wobei wir hier die übliche Konvention oder Definition von Beta gleich v durch c, Geschwindigkeit durch Lichtgeschwindigkeit benutzen. Das heißt, t1' und t2' sind die Zeiten für beide Ereignisse a und b gemessen oder erlebt aus der Sicht des Beobachters, der tatsächlich sich mit der Geschwindigkeit v relativ zu beiden Ereignissen bewegt. Da es um eine Zeitmessung geht, brauchen wir hier nicht, uns um die Ortskoordinaten zu kümmern. Daraus folgt, wenn wir jetzt die Zeitdifferenz rechnen, definieren wir jetzt diese Zeitdifferenz Delta t' als t2' minus t1'. Das ist dann gleich 1 über Wurzel von 1 minus Wurzel von 1 minus Beta im Quadrat und das multipliziert t2 minus t1 minus Geschwindigkeit v durch Lichtgeschwindigkeit im Quadrat mal x2 minus x2 minus x1. Wir bemerken, dass wenn die zwei Ereignisse am gleichen Ort stattgefunden hätten, dann hätten wir schon wieder die gleiche Situation wie zum Beispiel beim Alpwärtszeit eines Präparates. Es wäre somit in dieser Situation x2 gleich x1 und die erarbeitete Formel hier für die Zeitdifferenz Delta t' wäre dann mit der Formel der Zeitdillatation identisch. Wenn der Beobachter beide Ereignisse aus seiner Perspektive gleichzeitig erleben möchte, dann muss Delta t' gleich 0 sein. Es folgt somit, wenn wir diese Gleichung gleich 0 setzen, dass Delta t selber gleich Geschwindigkeit v des Beobachters, geteilt durch Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, mal Entfernung L0 zwischen beiden Ereignissen. Und wenn wir jetzt diese Gleichung nach v lösen, nach der gesuchten Geschwindigkeit des Beobachters, finden wir, dass diese Geschwindigkeit ist Delta t mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, geteilt durch L0. Und dies entspricht einem Wert von 0,4 Lichtgeschwindigkeit. Das heisst, wenn der Beobachter sich mit einer Geschwindigkeit gleich 40% der Lichtgeschwindigkeit relativ zu beiden Ereignissen bewegt, dann erlebt er beide Ereignisse gleichzeitig. Jetzt könnte man sich fragen, mit welcher Geschwindigkeit v muss sich der Beobachter bewegen, damit Ereignis b vor Ereignis a stattfindet. In dieser Situation muss selbstverständlich t2' kleiner sein als t1'. Oder in anderen Worten, Delta t' muss kleiner als 0 sein. Wenn wir jetzt genau so gleich wie oben diese Ungleichung nach v lösen, finden wir, dass die Geschwindigkeit des Beobachters grösser sein muss als 0,4 die Lichtgeschwindigkeit. Bei solchen Geschwindigkeiten aus seiner Perspektive wird Ereignis b vor Ereignis a stattfinden. Mit dieser Aufgabe lässt sich deutlich zeigen, dass die Zeit nicht mehr eine absolute Größe ist, wie in der klassischen Mechanik, sondern doch bezugsystemabhängig ist. Diese Aufgabe war die letzte Videoübung des Semesters. Ich hoffe, dass diese Videos ein nützliches Instrument zu Ihrem Lernprozess waren. Es hat mich gefreut, diese Videos für Sie vorzubereiten und danke an dieser Stelle Herrn Guillaume Schils für die technische Unterstützung. Ihnen, lieben Studierenden, wünsche ich alles Gute und viel Glück.